Willkommen bei Der Teufel hat Talent! Holy shit! Ich werd schon nicht verzagen. Ich hab mich schon gewundert, warum ich Schaden kriege. Okay, wenn ich jetzt da rüberspring... ...muss ich natürlich wechseln, Logo. Das ist echt cool gemacht, ohne Mist. Jetzt kommen wahrscheinlich nur Gegner. One! Fight! Haha! Okay, ich darf die Tasten nicht loslassen. Oder? Oder darf ich die Tasten loslassen? Okay. Weg mit dir! Ich liebe das! Woah! Okay, okay. Zwischendurch kommt man nicht mehr in diese... ...anderen Farben. Uuuuh! Weiter geht's! W-w-wieso hat er sich wieder nicht da festgehalten? Jetzt komm ein wenig näher! Gerne komm ich ein bisschen näher. Ist doch so verführerisch! Wie kann ich denn da Nein sagen? Ja, was? Ja, was? Wunderbar! Wunderbar! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Fight! Yeah! Komm! Okay, hauen wir voll drauf mit den Handschuhen! Okay! Nix, boo! Das findet ihr wunderbar! Scheiß auf den Schaden! Komm! 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 Okay! Mal sagen Runde 3! Für diesen Scheiß hab ich keine Zeit! Moment, es sind zwei Wege? Können wir da oben hin? Wollen wir doch mal sehen, wer hier was zum Schluss nicht spürt. Du willst auf jeden Fall mein Schwert spüren! Wird lecker! Was? Guten Tag! Okay! Runde 3! Runde 3 von 7! Schon beinahe die Hälfte! Was denkt ihr liebe Verehrende? Sollen wir die Sache etwas auf, Pappi? Fight! Oh yeah! Der schützt sich, jetzt zu ihm. Ah, shit! Scheiße, wenn man die Kettensäge nicht benutzen kann, hä? Oh, der Boden wechselt ja immer häufiger. So, voll drauf. Meine Gnade. Das war fies. Dämlicher Sucker Punch. Chorjuken! Haha! No! Yeah! Ich dachte schon, da kommt der Boden auf mich zu. Nächste Runde. Shit, ich hab gar nicht nach den verlorenen Seelen geguckt die ganze Zeit. Die müssten da auch überall gewesen sein. Das war da auch wahrscheinlich ein anderer Weg. Okay. Boah, ich würd der Schlampe am liebsten alles rausreißen. Die nervt! Oh yeah, let's get down to business, baby! Round four. Fight! Ich würd alle mal schön zur Hölle fahren. Ja, diesen Schuss hab ich nicht. Aber die Schuttgart tut so, ehrlich gesagt, so. Wow! Cool, jetzt sind wir hier oben. Und Schub! Cool, aber... Da unten ist Energie. Egal, machen wir einfach weiter. Okay. Verdammt der Seele. Schon abgefahren. Okay. Oh, das ist ein Viecher gespawnt. Oh, schade, dass mich hinter mir steht einer, aber nö. Ah, wo willst du denn? Komm her. Ich muss er leiden. Geht's. Komm her, baby. Woohoohoo! Ehrlich? So cool! Komm! Hm, wunderbare Schübe. Weiß du, Dante. Zu seines Lieblings. Jeder will was von dir. Besonders meine Freunde hier. Immer ist einer von mir. All right. All right. Dieses Viech kennen wir. Das war letztes Mal ziemlich fies zu uns. Oh, bringt gar nichts. Oh, ich hab's durchbrochen. Oder auch nicht. Komm, zeig mir, was du kannst. Endlich. Okay, wenn ich jetzt hier auf dem Boden klopfe, ist es vorbei. Whoa. Scheiße, ich kann das Viech nicht da rauskloppen. Aber wir werden die auf den Boden lassen. Fuck. Okay, das Viech kommt automatisch wieder runter. Boah, das ist unglaublich, das Tier. Ich komm dir nach. Noch ist es nicht vorbei. Wir haben noch ein Hühnchen zu rüpfen. Okay. The final steps. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Eine Arcade-Maschine. Okay. 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 Null Verbesserung. Gegenstände habe ich eigentlich auch genug. Ich kann mich nicht beschweren. Oh, das ist ein grünes Spinn. Aber die geben mir trotzdem rote Kugeln. Beschieß. Rote grüne Kugel. Oh, hier teilt sich der Weg wieder. Oh, hier teilt sich der Weg wieder. Oh, hier teilt sich der Weg wieder. So eine Schande, dass du nicht zusehen kannst. Sie gegen dich heult. Willst du wissen, wie sie klingt? Ein bisschen wie deine Mutter. Dieses Spiel ist auch noch vorbei. Und verschlungen hat. Oh ja, ein für allemal. Ab auf die Tanzfläche. Willst du den labrigen Dämonen-Arsch hier runter? In Ordnung. Okay, Kleines. Ich weiß die. Mein Gott ist langsam am Ende. Klären wir das. Jetzt gleich. Geisterwüter. Aber feiner Bursche. Okay. Ich hebe mir alles für meine Dämonen-Antriebssache für Runde 7 auf. Ey, du nervst. Wie kann ich dir Schaden machen? Sieht blau aus. Ja, blau it is. Sollten wir zur Sinse wechseln ab und zu. Boah. Ich glaube, ich nehme gleich zum ersten Mal einen Gegenstand. Und zwar jetzt. Wir sind hier schließlich da. Wow. Ich habe das Gefühl, ich mache dem Viech keinen Schaden. Oder gar keinen. Ich habe sogar den Fähnisschaden, bevor ich sagen. Okay, das ist gut. Wow. Blutwüter. Jetzt kommen die Handschuhe zum Einsatz. Die Axt. Na, wie sieht's aus? Bisschen kassieren tut immer gut. Komm her. Oh, wo bist du denn? Das ist gar nicht mit mir in die Luft. Tut doch gut. Wow. Getroffen. Und runter. Jetzt haben wir zwei von denen. Solche Anziehungskraft. Die Kürzer können sich ja kaum von dem Fernhalten. Das ist der Rote. Einfach drauf. Oh, yeah. Nett, wie ich mich wegteleportiere. Oh. Das hat ja natürlich jetzt alles versaut. Wie wollte ich das nicht? Komm schon. Ich will nur einmal aufladen, damit ich das Viech stoppen kann. Wow. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das Viech klebt an mir. Komm schon. Mindestens einmal. Ich fasse es nicht. Wow. Ich war es nur draufgegangen. Genau das wollte ich die ganze Zeit haben. Komm schon. Oh, ja. Genau hier endet die Mission. Wow. Genau vor dem Bosskampf. Da muss der Kampf ja richtig episch werden. Wollen wir mal. Stilpunkte sage ich... Oh, Doppel-S. Ich wollte S sagen. S, S. Ich habe alle Seelen verpasst. Ja. Gut drei, immerhin. Aber wenn jetzt die Gegenstände? Zwei. Hätte eigentlich nicht sein müssen. Okay. Der letzte Tanz. Du bist dran, Schätzchen. Ja. Genau auf so eine Gelegenheit habe ich gewartet. Komm schon, Baby. Machen wir Papa stolz auf uns. Ja, genau so. Kleines. Zeit zum Spielen. Weißt du, ich habe mich schon lange eingeengt gefühlt. Ich habe mich schon lange eingebaut. Das ist mal ein Gesicht, das nur die eigene Mutter liegen kann.